Musik Bereits am frühen Morgen ging es ins Josef-Lieser-Stadion zur Generalprobe. Die Schülerinnen und Schüler waren selber schon aufgeregt, angespannt und voller Erwartung, denn sie sahen zum ersten Mal die Ergebnisse der anderen Gruppen. Der Elternverein der Volksschule Eibiswald unter der Leitung von Frau Brigitte Gaber-Kiebel und Frau Christina Gassl hat diese Projektwoche unter dem Titel große Zirkusgala mit Dido und Beatrice von Kinderspektakel.at organisiert, finanziert und rundum betreut. Erleben Sie nun Ausschnitte aus dieser großartigen Show. Musik Sehr verehrtes Publikum, Prost und klein, alt und jung. Mit Dido und Beatrice haben wir trainiert und ganz fleißig das Spektakel einstudiert. Hohe Zirkuskunst von uns, die soll was gelten. So etwas sieht man sehr selten. Im Superzirkus Eibiswaldi, der V.S.V. Eibiswald. Musik In weiten Schleifen ziehen die Leifen gar nicht leise ihre Kreise. Mit Tempo und viel Energie, die ULA Company. Musik Da sind sie schon. Musik 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 Das ist eine Schwalbe. Das ist eine Schwalbe. Im Wilden Westen gibt es auch die Postkutsche. Der Tomter sehr mühsam lehrt Kunststücke seinem Pferd. Ganz vorne, vorsichtig liebe Leute, weil das Pferd auch manchmal schreit. Das ist eine Schwalbe. 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 Über sechs! Guten Tag! Jetzt geht die Scheibe einmal um den halben Ring. Gleich zu Beginn die Grundpyramide. Wunderschön! Wunderschön! Perfekt! Geräusche aus dem Himmelsen! Geräusche aus dem Himmelsen! Der Kalki aus dem Himmelsen! Ah, wir wissen schon welche Überraschung. Hey, hallo hallo hallo. Da bin ich. So, na, ich muss sagen, ihr wart ja wirklich alle so spitze. Wer möchte denn von euch noch Ballons? Ballone! Ballone! Oh, Ballone! Halleluja! Halleluja! So, wie? Ja! Super, mit der Leiter wird das viel längerer gehen. Das sieht ganz gut aus. Ein bisschen nach vorne. Ja! Ja! Genau! Ja, auf! Irgendwie musst du aufkommen. Boah, endlich hast du geschafft! Super! Luftballons! Ja, genau die Luftballons. Und bitte jetzt wirklich sitzen bleiben. Ich verteile die Luftballons, ok? Hallo, Willi. Und willkommen wirklich, die ganz Gebrachen! Hallo! Hallo! Hallo, Willi. Und Holly zurück auf die Plätze. Schau! Hau! Auf zum großen Finale! Wir sind stolz auf euch. Es war eine wunderschöne Woche, mit euch zu arbeiten. Wirklich ganz, ganz toll. Dankeschön! Dankeschön dem Elternverein. Danke fürs Mithelfen. Es ist ja schon lang, lang her, dass wir die ausgebrütet haben. Und heute haben wir mit dem Wetter auch noch Glück gehabt. Ganz, ganz super! Sandra, ich möchte mich im Namen von den Eltern und von den Kindern bei der Brigitte, als Obfrau des Elternvereins, recht herzlich bedanken. Und darum bitte ich euch zu einem kräftigen Applaus für die Brigitte, dass sie uns erholt bleibt. Alles Gute! Danke! Dankeschön! Ja, bedau격ig! Danke! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020